Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe, aber auch das muss gesagt werden. Wir werden sie unterstützen, dass sie sich verteidigen kann mit Waffenlieferung, wie viele andere Länder in Europa das auch machen. Das ist jetzt notwendig. Ich respektiere jeden Pazifismus. Ich respektiere jede Haltung, aber es muss einem Bürger der Ukraine zynisch vorkommen, wenn ihm gesagt wird, er solle sich gegen die putinsche Aggression ohne Waffen verteidigen. Das ist aus der Zeit gefallen.